Bild und Ton synchronisieren oder besser gesagt wie Du Video und das Audio eines externen Mikrofons synchronisieren kannst mit einem ganz einfachen Trick das zeige ich Dir in diesem Video. Bleib jetzt dran. Vergiss auch nicht meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen für die weiteren Video Updates. Der Grund für dieses Video ist ganz ein einfacher ich mache jetzt seit Jahren Videos und hatte aber immer Probleme mit dem Ton meiner Videos also der Ton bei den Videos wo man mich selber sieht also wo ich vor der Kamera bin der war immer schlecht da habe ich auch viele Beschwerden bekommen von Zusehern meiner Videos und habe auch ein gar nicht mal so schlechtes Mikro gehabt aber irgendwie war da bei mir der Wurm drin ich habe sämtliche Einstellungen versucht es wurde einfach nicht besser und jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Lösung und ich hatte ja ein relativ oder ich habe besser gesagt ein ziemlich gutes Mikrofon das man ganz einfach beim Laptop anschließen kann also das hat einen USB Stecker und da gibt es leider keine Möglichkeit das bei einer professionellen Kamera zu integrieren das heißt meine Bildschirm Videos mit Camtasia Studio die nehme ich alle mit diesem günstigen Desktop Mikrofon auf das hat 20 Euro gekostet und da ist der Ton wirklich fabelhaft gut mit dem Ton wäre ich zufrieden gewesen aber eben der Ton von den Videos wo ich in die Kamera spreche der war immer schlecht und jetzt bin ich auf diesen Trick drauf gekommen zum Beispiel die Stimme die du jetzt hörst ich nehme mich jetzt auch gerade mit meiner Kamera auf mit meiner Sony der kommt jetzt von dem Laptop Mikrofon und das habe ich jetzt einfach synchronisiert und wie das funktioniert und wie ich das jetzt gemacht habe zeige ich dir jetzt ganz kurz in diesem Video du siehst jetzt schon im Hintergrund mein Camtasia Studio und da habe ich jetzt zwei Tonspuren drinnen ich mache jetzt nämlich folgendes ich nehme erstens meinen Bildschirm auf mit Camtasia Studio und da spreche ich jetzt in das Mikrofon das quasi beim Laptop angeschlossen ist mich selber filme ich mit meiner Sony Kamera und auch da nehme ich den Ton auf der ist zwar schlecht den brauche ich aber nur für eine einzige Sache jetzt kommt nämlich der Trick das habe ich hier auf YouTube gesehen wenn man bevor man zu sprechen beginnt einmal in die Hände klatscht einfach so das heißt ich starte zuerst Camtasia Studio mit der Aufnahme dann ein bisschen später wenn ich eben dort zu Fuß hingehe zu meiner Kamera starte die Aufnahme dann klatsche ich und dann passiert folgendes du siehst hier bei diesen Spuren diesen feinen Strich und das ist genau mein Klatschen dann beginne ich irgendwann zu sprechen aber hier dieser Strich und gleichzeitig auch dann bei der Camtasia Studio Aufnahme hier unten da ist das dieser Strich und jetzt schneide ich mir mal beide Spuren hier ab damit ich hier ein bisschen schöner herankomme das ist ein Video das ich jetzt gestern produziert habe und jetzt synchronisiere ich mir genau diese zwei Striche und wenn das genau übereinander ist ich mache mir das jetzt hier größer mit Camtasia Studio das geht natürlich auch mit mit allen anderen Videoschnitt Programmen jetzt kann ich das hier wenn diese beiden Striche jetzt genau übereinander sind dann ist hier der Ton gleich ich mache das jetzt wieder kleiner jetzt genau hier ran das ist jetzt auch hier meine Hände das ist auch nochmal eine Kontrolle jetzt sind diese Striche genau übereinander und jetzt schneide ich das hier ab und jetzt sind diese Tonspuren genau gleich ich kannte das jetzt leider in der Live Vorschau nicht zeigen weil das Camtasia Studio mit dem Bild hier in der Vorschau viel langsamer ist also das passt hier nicht zusammen aber wenn ich es jetzt produzieren würde dann passt das hier zusammen und alles was ich natürlich jetzt nur noch tun muss das ist eben die Bearbeitung ich mache das Bildschirmvideo das jetzt hier bei Camtasia aufgezeichnet wurde das ließ ich einfach auf den Testgook laufen da mache ich einfach rechten Mausklick da gehe ich auf Video und Audio trennen und diesen Teil das ist jetzt rein die Aufnahme die brauche ich ja nicht ich brauche nur den Ton die lösche ich jetzt raus jetzt habe ich ja nur noch das Audio und diese Spur da mache ich es umgekehrt da brauche ich nämlich das Audio nicht denn hier wurde das schlechte die Kamera aufgenommen da mache ich das gleiche Video Audio trennen jetzt ist diese Spur nur noch das Video und das das furchtbare Audio auch das klicke ich jetzt weg und diese beiden diese beiden Dinger die passen jetzt genau zusammen das heißt jetzt habe ich den schönen Ton vom Desktop Mikrofon und gleichzeitig das Video meiner Sony Kamera so mache ich das das ist im Prinzip kein Mehraufwand oder nur ein sehr geringer Ton und jetzt habe ich den schönen Ton über mein Desktop Mikrofon und habe mir dadurch jetzt viel Geld erspart weil ich ja wie gesagt jetzt kein teures Mikrofon mehr brauche das ich anschließen muss an meine Kamera Das war's zu diesem Video ich hoffe wenn du irgendwie das gleiche Problem hast dass es dir hilft und ja das war's auch schon wieder Wenn es dir gefallen hat würde ich mich über ein Gefällt mir freuen hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal für die weiteren Video Updates bis zum nächsten Video